Zudem ist eine Brandmeldezentrale, da schüttelt es hin und der Lager kaputt ist. Nicht mehr richtig, die Klappe, nicht mehr richtig. Da wird dir nichts gezeigt. Jetzt wird immer ein richtiger Alarm aufgelöst. Ohne Summa. Dadurch sieht man natürlich das Schalter. Die Summa ist jetzt immer eingeschaltet, die Dauer. Jetzt wird gleich ernst, wo ich lange Kontakt verteile. Na na. Ich mach mal, ob ich reagiere nicht. Nicht so, Alarm läuft. Ich schalte die Summa ein. Es wird auch schon laut sein. Ich weiß nicht genau, wie die Mikrofon reagiert. Und los. Bei mir war es schon laut. Ich schalte meine Brandmeldezentrale aus. Also vergesst nicht, welche Firma die kommt. Aus X-Serial. Einmal kicken. Ich schalte die Blink. Das heißt natürlich, die Schaffensperrung ist aufgeschaltet. So, jetzt blickt die, wo die Brand, wo es brennt natürlich. Jetzt schalte die dann natürlich 3. Ich schalte die aus. Dann nochmal. Dann ist die Brandmeldezentrale alles deaktiviert. Und schon ist die Alarm aus. Danke. Ich hoffe, soweit habt ihr mich verstanden. Bis zum nächsten Mal. Euren eheligen Hütte Deines Elf. Ach, da kraft mein Tür in mein Bett. Schon alt. Bei 60 oder die vier Jahre alt.